Was spielst du da genau? Sie und Monika? Was sieht man da vor uns? Ich stand so hinter der Pferde und Schacke und so. Was sieht man da von Frankreich gerade? Was? Was sieht man da vor uns? Hier ist vor uns Notre-Dame-Kathedral. Vor uns ist Notre-Dame. Und da ist ein Riesentor. Wegen Rekonstruktion kann man sich nicht nähern. Hinter uns ist eine Statue mit dem Pferd. Und da steht ein junger Mann, der spielt Akkorde und dieses schöne Lied. Und die Leute stehen herum und hören sich das an. Wir sind vor der Notre-Dame-Kirche. Genau. Der Kleckner von Notre-Dame hat hier gewohnt. In der Geschichte. Ist die Geschichte eigentlich wahr? Ja. Die Geschichte ist wahr. Leider passiert. Leider eigentlich. Irgendwie eine traurige Geschichte irgendwie. Aber hier wird es nur ein knapp. Oder die Kleckner von Riemann. Und das ist alles wieder. Wir werden alles wiedergefasst. Na gut, wunderschöne. Wir werden alles wiedergefasst. Genau, hier Monika. Was sieht man da vor uns? Ich tanke so hin und per die Schacke.